so da machen wir sagen machen wir ninja und schriftfreien teil nummer zwei jetzt ab jetzt in richtung der neuen gegend und einfach mal was da ist aber wie gesagt hier kannst wunderschönen kleine fazit ziehen bis auf eine mission ich muss sagen ich fand die hasen mission und die ratten mission einer der einfachsten muss ich ehrlich sagen aber was er den emission da mit denen in chamada als ehrlicher musste denn die müssen nicht gleich übertreiben muss ich sagen die wissen es echt nicht übertreiben so sehr bei mir ich bin ja ich habe ungefähr mal geladen mein spielstand weil ich ja sowieso aus dem spielkurs rausgehen musste und ich habe circa 80 prozent schon fertig da denke ich mir ehrlich okay gut ja aber es hat alles wahrscheinlich schön lang ist jetzt bei über das wieder werden hätte ich mir gut vorstellen ich weiß nicht wie viele porten sind das ist bestimmt keine ahnung ist bestimmt schon über der zehnte part oder keine ahnung der neunte kann so sein das weiß ich jetzt gerade nicht auf jeden Fall aber wie ist das alles schritten dass man den typen da der da gefangen ist okay ganz nett dass wir schon zu stark sind ich komme ja ich komme So, komm spring und da. So, komm spring. 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 Wie ist das eigentlich in der Lamm entstehen, das verstehst du nicht? Das leh ich Killerinstinkt erhalten, okay Okay So, äh, ich muss mal gucken, bei meiner Ausrüstung, bei Baffen, gucken, schneller Dann ist die hier Hm, Schroffwinter? Nichts Neues hat zurückgekommen, schade So, gut Dann brauchen wir die Kleinen erstmal hier Die Freiheit ist doch schon, Kind, ja, Gerda Okay Naja, wahrscheinlich sollte ich gerade da bleiben, aber ja, na gut. Also erzählen wir denen erstmal, dass wir das bitte geredet haben. Ich kann mir, äh, ein dickhead, manchmal. Wir alle haben unseren eigenen Weg. Du bist nicht auf die Silenz gekommen, um es zu suchen. Diese, ähm, Weih of the Wang, du sprachst du ihm? Die Weih of the Wang ist lang, und hart. Und für ihre Freude. Ich verstehe. Na gut, mit dem Glück. Dann haben wir eine neue Mission da unten. Wenn er sie hat, dann kann ich sicher, dass du ihn zurückzahlen kannst. Oh, ich kann ihn, okay. Ich bin nicht sicher, dass Geld die Hand verändern wird. Danke, ich habe es mir gefällt. So, was hat er denn alles? Frostzähler. Oh, hu hu hu. Ja. Ja. Nach mal Track. Ja. Ja. Ich habe erinnert. Ja.